Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir reagieren auf Drake mit To The Slide. Drake wahrscheinlich der nächste Hit rausgehauen, Welthit wahrscheinlich. Alle TikToker werden den Song wahrscheinlich hören und nachmachen. Mal gucken was rausgehauen hat und wie und wo das Video gedreht wurde. Produziert bei... Christian Tyler. Ja, gucken wir mal rein. Let's go. Welches City ist das Leute? Ist es bei sich drüben in Toronto? Toronto sage ich schon. Oder wo ist Drake drüben? Das ist leer. Corona. Outfit auf Kamo angelehnt. Feier ich. Find ich nice. Die ganzen Awards, das ist bei sich zuhause oder was? Bei sich in der Villa. Ah, Kim Jong. Ich bin doch gut. Oh neuer dance hier. Hör alt. Oh neuer dance muss, Alter. Von Drake muss immer äh der Dance muss auch selber kopieren. Ey, guck mal auf das Auge hier. Guck mal auf das hier, guck mal auf das hier. Hey, hey, hey. Das ist so geil. Ich schicke beide. Boah, da hat er die Bus rausgehört wieder, Alter. Die hat in die Bus rausgehört. MJ! Ich muss mit Dizzy Drake noch was sagen, kranker Flow, aber ist es für sich wirklich bei sich in der Villa? Sieht schon sick aus, Alter. Guck mal, die Totenköpfe hier unter dem Flügel. Speziell so ein TikTok-ding, Alter. Dieses Redfoot-sli. Das ist eine Maschine. Oh! Kollege Besser. Küchentisch aus Marmor. Boah! Ich weiß nicht, Alter, was das für eine Fette ist. Aber es ist chillig, dass er so eine Maske trägt. Da musste er sich den Text nicht melken. Und so ein Element. Ich schicke die Lippsynchen an so. In der Garten. Snoop Dogg-dum. Nike Crossbody got a piece in it Gotta dance but it's really on some street shit I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Can't let this one slide Two C slide, then I hit it double time Then I hit a spin cause we spun that block a couple times If it's not the right time to lock foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Who's bad Aber was das für ein geiles Anwesen, oder? Leute, muss ich schon sagen, Alter, sick Yo Leute, das war's bei einer Reaktion zu To The Slide von Drake Wie findet ihr den Song? Ich find den nice Die Dance Moose werdet ihr in der nächsten Zeit öfter sehen Egal auf welchen sozialen Netzwerken auch immer Ja, ist nice Das war's von mir Wenn ihr auf meinem Channel geht, findet ihr hauptsächlich Deutsche Reaktions Ich würde mich über ein Like und einen Kommentar freuen Und lasst auch ein Abo da Deswegen, haut rein Ciao, ciao